Ist das heute ein Tag? Und ich? Ich darf die Sommerfräschle durch die Gegend führen. Was werden die zwei heute getan haben? Wahrscheinlich werden sie wandern. Die Kimschatze wird es gesagt haben, tun wir was für die Fitness. Und die liebe Jugend, den ganzen Tag flanieren, Eis essen und baden. Und jetzt geschwind heim umsteilen und schnell wieder zurück zu irgendeinem Festl. Geht ja leicht mit unseren Sonderfahrten. Da schau her, ein Pendler. Zumindest einer, der heute was getan hat. Möchte nicht wissen, wie oft er im Stadt gestanden ist. Wie so draufgekommen ist, dass man mit der Bahn fahren kann. Schon praktisch, unser ÖB-Anschluss. Und die Mama, die hat es sich mit den Kindern im Strandbad gemütlich gemacht. Mit der Tante und ihr Freundin wollen da was Schifferl fahren. Eh klar, mit dem Kombi-Ticket. Und ich? Ich kann es alle zusammen durch die Gegend kutschieren. Ja, okay. Gibt eh was Blöders. Musik Untertitelung des ZDF, 2020